So, und weiter geht's mit dem zweiten Kapitel von Dead of West St. John 3, die Seacliff-Tragödie. Das Kapitel heißt Der Beschützer. Huhu. Rödel, rödel, mein Laufwerk ist so laut und so lahm. Ich sollte mich drüben bei der Achterbahn umschauen. Genau, wir spielen jetzt wieder mit Kelly und wir haben ja im letzten Kapitel am Ende erfahren, dass der Sohn der Crandles, also der Sohn der Besitzer dieses Parks, gerade an der Achterbahn mit Putzen beschäftigt war, als diese zusammengebrochen ist. Und wir vermuten jetzt natürlich, dass er irgendwas damit zu tun hat. Und deswegen gehen wir jetzt nochmal zur Achterbahn, wenn ich die denn finde. Und gucken uns an, was passiert. Kelly, zum Glück bist du noch hier, Kind. Hallo, Miss Rose. Ist Ihnen noch etwas Wichtiges eingefallen? Nichts über den Park. Aber als ich an dich gedacht habe, sah ich dieses Symbol. Kennst du es vielleicht irgendwoher? Ist dein schwedisches Symbol oder so? Kenne ich nicht, aber ich werde ein Bild davon machen. Ich habe einen Freund, der da helfen könnte. Simon, ich schicke gerade ein Bild über den SBK. Na klar, und sie hat die ganze Zeit die Hand voll in den Sie. Kommt gerade rein. Eine Ahnung, was es bedeutet? Warte mal kurz. Ah ja, das habe ich schon mal gesehen. Wenn ich mich recht entsinne, ist es ein Symbol, das Bandkreise durchbrechen soll. Ist aber schon lange her, dass ich etwas darüber gehört habe. Wo hast du es gefunden? Hier ist jemand, der behauptet, das Symbol habe etwas mit mir zu tun. Also wenn es tatsächlich etwas mit dir zu tun hat, dann musst du wissen, wie man es richtig verwendet. Du solltest das Symbol an der Stelle einer Energiebarriere platzieren. Verstehe. Und dieses Symbol durchbricht die Barriere? Richtig. Die Energie, die die Barriere aufrecht erhält, sollte sich auflösen, damit du sie passieren kannst. Ich gehe nach Hause, Kelly. Da kommt ein dunkler Sturm in unsere Richtung. Der Himmel sieht zwar ziemlich klar aus, aber ich möchte ungern einer Wahrsagerin widersprechen. Sei vorsichtig, meine Liebe. Sagt Delaware, er soll seinen Instinkten vertrauen. Sie werden bald in Frage gestellt. Delaware? Was wissen Sie über ihn? Ich weiß gar nichts über ihn, Liebes. Ich überbringe bloß eine Nachricht. Sei vorsichtig. Oha, mysteriöse Nachrichten. Die Frage ist, von wem? Jedenfalls hat diese Tante mehr drauf als Professor Trelawney. Also, wer ist diese mysteriöse Frau? Sie hat früher im Park als Wahrsagerin gearbeitet. Sie sagt, dass irgendetwas sie ab und an wieder hierher bringt. Das ist ziemlich vage. Wie läuft es denn bei dir so? Unglaublich. Ich bin Zeuge eines echten Poltergeistes geworden. Delaware ist mit einigen Seelen in Kontakt getreten. Es handelt sich also um intelligente Geister? Ich glaube schon. Dass Delaware in der Lage ist, mit ihnen zu interagieren, spricht jedenfalls dafür. Ich muss zugeben, dass er weiß, wie man mit ruhelosen Seelen umgeht. Oh, ist das seine Metapher? Was? Nimm es mir nicht übel. Ich habe damit nicht gemeint, dass du in Delaware verknallt wärst. Bitte? Sind wir hier in der Grundschule? Warum sollst du... Ich meine, wie kommst du darauf, dass... Es ist einfach lächerlich, sowas zu denken. Wenn es so lächerlich ist, Warum wusstest du dann eben das erste Mal, seit ich dich kenne, nicht, was du sagen solltest? Dann sage ich eben jetzt etwas. Nicht in diesem Leben. Tschüss, Simon. Hier knackst du schon wieder. Aber es kommt niemand. Dann gucken wir doch mal. Ich empfange starke Signale von der anderen Seite dieser Tür. Aber ohne Strom komme ich nicht hinein. Okay, wir brauchen also Strom. Nichts. Vielleicht habe ich die Sicherungen falsch eingesetzt. Da fehlt eine Sicherung. Okay, wir brauchen eine Sicherung. Die liegt hier bestimmt irgendwo rum. Wobei da ist... Da wissen wir ja, da ist keiner. Boah, da steht auch so ein Clown da. Das sieht irgendwie etwas unheimlich aus. Können wir hier irgendwo was machen? Hm, nö. Oder hier? Scheint in dieser Richtung blockiert zu sein. Also, wenn ich eine Sicherung wäre, wo wäre ich dann? Dort unten ist ein Eingang, aber ich weiß nicht, wie ich dort... Ach, jetzt können wir plötzlich da lang... Ah! Oh! Oh! Da habe ich jetzt irgendwie nicht mit gerechnet. Der sah aber seltsam aus. Das war auf jeden Fall nicht die Katze aus dem ersten Teil und auch nicht die Skelett... Ziege oder so aus dem zweiten Teil. Warum muss Kelly eigentlich immer in diesen unterirdischen Rabyrinthen landen? Du machst es mir nicht leicht, Kelly. Du machst es mir nicht leicht, Kelly. Die Steine sind locker, aber ich kann sie nicht bewegen. Das ist ein Stein aus Zement. Ach, der ist schwer. Das ist eine Geisterkatze und die wird von einem Schrank aufgehalten. Meine Fressegeister sind auch nicht mehr das, was sie immer waren. Aber, wuhu! Eine Sicherung. Eine Sicherung, genau. Yeah. Und sonst ist hier bloß jede Menge Korumpel. Dann gehen wir hier raus. Komm, bestimmt gleich wieder so ein schwarzer Geist. Nicht? Wo sind wir jetzt? Ich muss mit Delaware reden. Er muss wissen, was hier los ist. Noch eine Sicherung. Noch eine Sicherung. Lol, die sagt auch noch das Gleiche wie ich. Jetzt sind wir bei der Schiffschaukel und wir müssen mit Delaware reden. Und sie geht von alleine dahin. Das ist schön. Was ist mit dir passiert? Noch ein Poltergeist? Da ist ein Jäger. Er war riesig und hat mich gejagt. Ich rannte und fiel in den Tunnel. Er hat mich weiterverfolgt. Hey, 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 ganz langsam. Hat er dir wehgetan? Ich konnte entkommen. Also sind die verhüllte Gestalt und ein Jäger in Erscheinung getreten. Glaubst du, unser verhüllter Freund ist dafür verantwortlich? Ich denke schon, aber nicht direkt. Mutter Helena hat den Jäger im Waisenhaus beschworen. Das wissen wir. Ist er vielleicht nicht in der Lage, selbst Jäger zu beschwören? Aber was hat er eigentlich von der Sache? Die verhüllte Gestalt ist der Zerstörer. Oh, ich hatte den Verbindungsknopf noch gedrückt. Ich denke genau dasselbe, Simon. Aber Simon, wenn der Zerstörer hier ist, warum sollte der Jäger dann auch hier sein? Warum sollte der Zerstörer Jäger beschwören, wenn er sich einfach selbst um den Beschützer kümmern kann? Die Jäger werden beschworen, um Energie für den Zerstörer zu sammeln. Also ist jeder neue Jäger ein weiterer Soldat in der Armee des Zerstörers? Ja, sobald der Beschützer vernichtet ist und sich das Gleichgewicht zur Dunkelheit hin verschiebt, nehmen die Jäger eine neue Form an. Alle mit der Macht eines dunklen Gottes auf Erden. Also noch mehr böse Jungs, die die Weltherrschaft übernehmen wollen. Okay, Simon, danke. Ich bin dran, das übernehme ich. Nicht so schnell. Ich fand heraus, dass die eingestürzten Höhlen mit den Arbeitstunneln verbunden waren. Jemand im Park wusste das. Die Anbindung war durch einen Schrank blockiert. Ich wurde abgelenkt, also gib mir noch ein wenig Zeit für Nachforschungen. Ich finde es überhaupt nicht gut, wenn du da wieder runter gehst. Okay, Dad. Entspann dich. Ich muss das tun. Jetzt ist es am sichersten. Du weißt doch, ein Jäger kann nur für kurze Zeit in seiner halbphysischen Form erscheinen. Es dauert, bis er wieder auftauchen kann. Schon gut. Aber wenn du ihn nochmal siehst, mach unbedingt ein Bild. Tja, Kelly ist also echt mutig und will jetzt wirklich nochmal da runter. Ich hoffe, sie hat recht und der Jäger taucht nicht nochmal auf. Jetzt kommt aber so ein Schattenflieh. Ja komm, wo bist du denn da? Wieder hin. So. Ne, das ist der Tunnel. Wo müssen wir raus? Ach ja, wir müssen die Kiste wegschieben. Hm, macht sie aber nicht. Warum nicht? Toll, da können wir aber wieder rausgehen. Blöde Kuh. Hier ist ein anderer Tunnel. Und der ist blockiert. Natürlich. Gibt es hier was zu sehen? Aber hier ist vielleicht die Achterbahn eingestürzt. Aber wir müssen ja eh zu Achterbahn und die Sicherung anbringen. Also so lange wird er echt nervig. Mal sehen, welche wir brauchen. Das muss bestimmt alles irgendwie die gleiche Summe ergeben. Aber ich kann nicht lesen, was da steht. Ich nehme jetzt mal die gelbe. Nichts. Vielleicht habe ich die Sicherungen falsch eingesetzt. Nichts. Vielleicht habe ich die Sicherungen falsch eingesetzt. Aber ich kann doch nur die beiden hier einsetzen. Ist aber merkwürdig. Da fehlt eine Sicherung. Da fehlt eine Sicherung. Dann gehen wir eben noch mal gucken. Da war bestimmt unten im Tunnel noch was. Ach, falsche Tür. Hier muss ich doch durch. Hier liegen aber leider keine Sicherungen mehr. Oder? Irgendwo? Hier muss jetzt rot oder grün sein, weil eine gelbe und eine blaue haben wir. Oh, hier ist eine Tür. Okay, die habe ich übersehen. Hier sind Spindel. Und hier ist... Oh, hier ist ein Koffer. Mit einem Zahlenschloss. Tja. Zwei. Sechs. Neun. Eins. Eins. So geht das nicht. Ja, das dachte ich mir schon. Das war jetzt auch einfach nur blind geraten. Hier kann man einen Spind öffnen. Merken. Gegenüber. Drei im Uhrzeigersinn. Immer mit einem weniger als eins beginnen. Einer weniger als eins ist Null. Dann wäre die erste Zahl die Null. Und gegenüber der Null. Moment, nein. Ich glaube, das ist gemeint wie eine Uhr. Das heißt, einer weniger als eins wäre zwölf. Also eins, zwei. Gegenüber der zwölf ist die sechs. Und drei im Uhrzeigersinn. Sieben, acht, neun wäre die neun. Versuchen wir es mal. Eins. Zwei. Sechs. Neun. So geht das nicht. Schade. Also ich fand, das hörte sich jetzt richtig gut an. Hm. Okay. Was haben wir denn noch? Also dann gehen wir von meiner ursprünglichen Theorie aus. Die Null. Gegenüber der Null ist die Eins. Drei im Uhrzeigersinn ist die Vier. Und dann vielleicht. Aber nochmal gegenüber. Aber was ist dann gegenüber der Vier? Was ist denn Vier weg? Dann wäre es die Sieben. Das wäre auch, wenn es nochmal drei im Uhrzeigersinn sind. Also das wäre vielleicht sinnig. Versuchen wir es. Null. Null. Eins. Eins. Vier. Vier. Sieben. Sieben. So geht das nicht. Ich frage jetzt mal Simon. Ein Foto. Simon. Kannst du mich hören? Es hat keinen Zweck. Ich habe keinen Empfang. Na toll. Und jetzt? Oder wir nehmen die Zwölf. Aber der Gegenüber ist auf jeden Fall die Sechs. Und drei im Uhrzeigersinn ist die Neun. Das bringt uns nicht viel. Aber Null Uhr ist auch die Zwölf. Und gegenüber der Null wäre dann die Sechs. Und drei weiter wäre die Neun. Dann haben wir aber nur drei Ziffern. Moment, aber wenn es ein Uhr morgens ist und wir gehen nach unserer Zeit, dann wäre es nicht die Zwölf, sondern die Vierundzwanzig. Also Vierundzwanzig, Sechs, Neun. Okay, versuch mal das. Zwei. Vier. Sechs. Neun. So geht das nicht. Ach, Menno, warum nicht? Das hörte sich doch jetzt so gut an. Oder 0069? Null. Null. Sechs. Neun. So geht das nicht. Okay. Das ist doch schon wieder Scheiße. Du musst es doch irgendeine Lösung vergeben. Oh. Hier verwandelt sich der Zeiger in ein Auge. Was für eine seltsame Kiste. Ich frage mich, was wohl die Zahlen auf der Oberseite bedeuten. Na toll, da geht es gar nicht um die normale Uhr. So eine Scheiße. Also einer kleiner als Eins ist dann wahrscheinlich trotzdem die Null. Der Null gegenüber ist die Zwei. Und dann drei im Uhrzeigersinn ist die Fünf. Und wenn es dann wieder gegenüber ist, ist es die Eins. 0, 2, 5, 1. Mal schauen. 0, 2, 5, 1. So geht das nicht. Auch nicht. Okay. Immer mit einem weniger als Eins beginnen. Das ist die Null. Definitiv. Und der Null gegenüber ist die Zwei. Und drei im Uhrzeigersinn ist die Fünf. Oder vielleicht nochmal im Uhrzeigersinn, dann wäre es die Sechs. Also 0, 2, 5, 6. 0, 2, 5, 6. So geht das nicht. Auch nicht. Liebe Leute, ich habe jetzt mal nachgeschlagen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, da wäre ich in 500 Jahren nicht drauf gekommen. Also, man muss nämlich mit der Null beginnen. Das war schon richtig. Dann gegenüber drei weiter ist die Fünf. Unsere erste Zahl ist also die Fünf. Dann wieder gegenüber drei weiter ist die Neun. Dann nochmal gegenüber drei weiter ist die Acht. Und nochmal gegenüber drei weiter ist die Vier. Also unsere Lösung lautet 5, 9, 8, 4. Werd ihr drauf gekommen? Ich nicht. Fünf, neun, acht, vier. Was sagt man dazu? Es hat funktioniert. Genau, voll logisch alles. Das ist eine Tube Gesichtsschminke. Okay, ich habe mich jetzt abgemüht wie blöd für ein bisschen Schminke. Vielen Dank auch.